Vor vier Wochen sind wir zögerlich zur Urne geschlichen und haben Angela Merkel ihren Phantomsieg beschert. Sie ist ganz knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt. Aber seit dem Leverkusener Phantom-Tor vom Wochenende wissen wir, knapp vorbei ist schon lange nicht mehr daneben. Weil die SPD-Pöstchenjäger vor einer Wiederholung des Spiels noch mehr Angst haben als vor ihrer eigenen Basis, erklären sie sich nach einer für angemessen gehaltenen Schamfrist bereit, den Mehrheitsbeschaffer zu spielen. Und so kriegen wir, obwohl wir jetzt zum wiederholten Mal eine rosa-rot-grüne Mehrheit ins Parlament gewählt haben, wieder die heiß geliebte Große Koalition. Schon beim letzten Mal hieß es, große Probleme können nur von einer großen Koalition gelöst werden. Und schon damals galt, große Probleme werden durch eine große Koalition nur größer. Aber blicken wir nicht zurück auf die Wände, vor die wir schon gelaufen sind. Suchen wir lieber nach denen, vor die wir noch laufen können. Dabei könnte man im Augenblick so richtig schön inhaltlich Politik machen, wenn man den Begriff von der parlamentarischen Demokratie zur Abwechslung mal ernst nehme. Man könnte die alte Regierung einfach im Amt lassen und anfangen, im Parlament ohne Fraktionszwang über Politik und Gesetze zu streiten und abzustimmen. Die Regierung ist doch nur die Exekutive. Sie muss die Gesetze durchführen, die das Parlament beschließt. Dann stimmen vielleicht mal Schwarze mit den Grünen, mal Sozialdemokraten mit Roten und Grünen, mal gibt es gar eine schwarz-rot-grüne Mehrheit gegen die SPD, oder mal eine Mehrheit aus allen Lagern und nur die in jeder Partei vorhandenen Idioten ständen schimpfend herum. Am Ende bekäme das Volk genau die Gesetze, die es gerne hätte und könnte Angela Merkel als Kanzlerin behalten. Aber dazu bräuchte man natürlich Parlamentarier, die eigene Überzeugungen mitbringen und genug Eier in der Hose bzw. unterm Rock haben, für diese Überzeugungen auch zu streiten. Leider aber hocken in unserem Parlament längst lauter kastrierte Wackeldackel, die an der kurzen Leine ihres Listenplatzes gehalten werden und brav alles abnicken, was im Hinterzimmer von Herrchen und Frauchen ausgekungelt wurde. Und auch unsere Medien, die von den Anzeigen der Großindustrie noch abhängiger sind als die Parteien von Großspenden, wollen kein unberechenbares, lebendiges Parlament. Sie wollen lieber eine stabile Regierung, damit alles so bleibt, wie es nie hätte werden dürfen. Bis neulich.